So, warte, jetzt hört man mal wieder relativ spät, wir machen aktuell, naja, reden wir mal lieber nicht drüber, ähm, was mich allerdings gerade wundert ist, ich hätte schwören können, dass ich letztens noch irgendwie Amplies, oder was war denn das, ich hatte irgendwas an, oder Upcuts, Upcuts glaube ich war anders, ich glaube ich hatte Upcuts an, aber irgendwie sind wir von mir weg, ich weiß nicht warum, meine Buffs fallen mir auch aus, also auf beiden Charakteren, keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, äh, bisschen komisch irgendwie. Ah, okay. Und ich sehe gerade, dass das F-Tool von Garou hier funkt, nicht funktioniert, ach come on, ach warte mal, falscher Charakter, ups. Ja, es funktioniert, schön, perfekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das andere F-Tool, dieses, dieses Standard-F-Tool, was ich auch mal vorgestellt habe, und was irgendwie so gefühlt jeder nutzt, ich finde es irgendwie nicht gut einfach, ähm, also ich meine, ich habe es natürlich lange genutzt und so, ganz klar, aber, ähm, ja. Ist halt, ist halt einfach nicht schön, das ist einfach nicht gut, sagen wir mal so. Du hast das Ganze gespampt, die ganze Zeit, du hast das Ganze rumgeklickt und das speichert halt nix und, ah, ich weiß nicht. Bin ich kein Fan von. Also wirklich, ganz und gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, du machst einen Boss, klickst irgendwo rein und 1, 1, 1, 1, 1, oder du schreibst irgendwie das so und dann hast du diese ganzen, ich kenn's selbst. So, mein Pad ist aus, das ist nicht gut. Ich weiß nicht genau, wo und wann es ein Pad gibt. Ähm, ich hoffe, dass es nicht so lange dauert. Ich befürchte schon, dass es lang dauert, aber, hm. Naja, wir werden sehen. Äh, ich weiß nicht, ob hier die Pads genauso 10 Millionen oder so kosten. Wenn ja, dann wäre es natürlich ein bisschen blöd. Ähm, ich mein, es, ups, es ist jetzt nicht die Welt, es ist jetzt nicht komplett dramatisch oder so. Wenn man jetzt hier mal irgendwie mal, ja, eine Zeit lang jetzt ohne Pad leveln oder so, dann ist es auch okay. Ich mein, ich hab's damals auch immer gemacht. Ähm, im Offi und keine Ahnung wann. Also, es geht schon. Was ich mir gerade allerdings, ups, oh lol, warte mal. Wer mit, oh lol, oh lol, oh lol. Professioneller Flyerspieler ist am Start. Allerdings nur mit NPC Buffs. Oh wow. Ich wollte gerade schon sagen, also die Hitrate hier ist immer sowas von scheiße. Aber, ich hatte keine Buffs. Hm. 63. Ich weiß jetzt halt nicht genau, wie hoch das ich jetzt hier gehen will, weil, äh. Ah ja, gut, da zähl ich einfach mal Hitrate, lol. Oh mein Gott. Es ist, es ist, es ist besser und es hat, Alter, 15 Decks, 15 STR und es ist plus 1. Äh, wie geht der Wecken? Äh, das kostet, glaube ich Geld, oder? Einiges in Geld. Bam. 2% Critrate mehr, einiges mehr in Hitrate auf alle Fälle. Ja, easy. Okay, perfekt. Das ist schon mal definitiv angenehmer. 55, das ist auch 55. Pankris, aber ich überlege, haben wir nicht das Beste gekauft da? Oder vielleicht gibt es das Beste auch gar nicht. Ich weiß es nicht genau. Ähm, was haben wir hier eigentlich für 65? Okay. Ich hoffe, der Ringmaster, wenn es dann gleich Level... Sekunde. Letztens hat jemand geschrieben, mach hier mal, mach hier mal lieber. Äh, genau. Äh, genau, wenn der Ringmaster hier noch Level 60 ist, dann bin ich mal gespannt, was der noch so zu bieten hat. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Skills hier, also die Buffs hier irgendwie ein bisschen cooler und vielleicht bieten irgendwas cooles oder so. Irgendwelche coolen Effekte oder so. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ich wollte auch nochmal neue Spiele anspielen, beziehungsweise, naja, neu, 2012, glaube ich, oder so ist das. Äh, Royal Quest heißt das, äh, Game. Vielleicht kennst du dann ein anderer. Äh, äh, ich muss sagen, ich hab, ich hab sogar schon donated, ja, ähm, ich hab ein paar Stunden gespielt, ich weiß nicht mehr genau wie lang, ich glaub so 15, 20 Stunden. Und ich muss sagen, die ersten 10 Stunden haben mir wirklich richtig Spaß gemacht. Äh, der Einstieg war schwierig. Am Anfang dachte ich mir auch so, okay, was ist das für ein Game, alles voll komisch und so. Und irgendwie voll primitiv und, what the fuck. Oh, nice. 5% Attack. Nimm ich kenn. Ähm, und, ja, da war ich mir nicht so ganz sicher. Da dachte ich mir so, ja, okay, das ist komisch und so. Aber dann hat das Ganze wirklich richtig Spaß gemacht. Und, gut, ich mein, ich hab's mit einem Freund gespielt. Ich muss sagen, der hat irgendeine Mates gespielt. Ich hab so eine Art Ranger gespielt. Beziehungsweise so einen, so einen Kanoniertypen mit so einer Kanone in der Hand oder mit so einer Pistole in der Hand. Weiß ich nicht mehr genau. Und, das Ding war halt, ich dachte mir, also als Playprojekt richtig geil. Aber, das Balancing in dem Game. Puh. Also, ich mein, ich weiß, es gibt ja manche, die regen sich schon mit Live auf über das Balancing. Aber, das Game. Ja, lol. Ich glaube, ich mach, also ich hab diese, diese, so, so, so Doppel-Hits irgendwie, so. Oh, nice. 11% Ne, okay, nicht nice. Ähm, ich hab irgendwie so eine, so eine Doppel-Kanone. Ich mach, glaub ich, so zwei Hits jeweils pro, pro Angriff. Die machen ungefähr 80, ja? Also, nur mal jetzt, äh, für euch zum Vorstellen. Ungefähr 80 Schaden, also heißt, 160 Schaden pro Angriff. Ähm, mit diesen, mit diesen zwei Hits dann. Mein Freund hat, äh, was hat er gemacht? So ein, ein Ding. Ähm, Mage. Sogar noch so, nicht mehr so diesen Heavy-Damage-Based-Mage, sondern wirklich halt nur so einen richtig durchschnittlichen Mage, der auch heilen kann. Und irgendwie halt so, fast so wie ein Ringmaster, irgendwie so was schon so. So ein bisschen das Ringmaster und, und irgendeinem, äh, irgendeinem anderen Charakter, weiß ich nicht genau. Alter. Der Typ ballert tausend, teilweise über tausend Schaden raus. Und ich steh nur da und denk mir so, ey, das gibt's nicht. Aber gleiche Attack-Speed und so. Also ich mein, keine Ahnung, der pullt ein paar Leute, äh, paar, paar Mobs zusammen, macht ein AOE und alle fallen um. Und ich denk mir so, das gibt's noch nicht. Das ist verrückt. Und, ja, das ist natürlich dann schon so was, wo ich mir denk, okay. Vielleicht ist das Game auch gar nicht mal so geil. Deswegen. Ich mein, vielleicht kennst du jemanden von euch, vielleicht kann jemand, äh, was erzählen, was Balancing. Ich muss sagen, ich hab's jetzt alles nicht so krass, äh, empfunden. Perfekt Ringmaster, das machst du, das ist schön. Ähm. Ja, ist definitiv nicht so ganz flawless, also. Es ist schon ein bisschen schade. Es ist schon echt ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Allsets 10, alter. Warte mal, alles andere bringt jetzt hier 5%. Okay, es bringt immer noch gleich viel alles, oder? Genau. Ich hab' nicht gelesen, man kann irgendwie Sachen dann später nochmal leveln oder so. Aber nicht alle irgendwie. Hä? Hier, Protect. Hey, wo stand, er stand doch gerade irgendwo, oder? Ach genau, Next, hier, hier stand es. Next SP, ach so, Next Skillpoint. Okay. Alles gut. Ich hab' nichts gesehen. Oh, wir haben schon einen Bersack. Holy moly. So, einmal, zweimal. Das Ganze geht alles nur auf Level 1, irgendwie. Ja, nice. Coole Sache. 4, 6 von 8, 2 von 8, 3 von 8, 4 von 8, das ist, glaube ich, ganz okay. Matrigal, hieß der Typ. Nee, Party heißt. Ja, das ist die. Okay. Was bringt das nochmal hier direkt? Ach, ich brauche jetzt zwei Waffen. Ich bin auch blöd. Oh, das ist auch nicht schlecht. Okay, wie viel Schaden haben wir jetzt aktuell mit zwei Waffen? Definitiv mehr, okay. Ähm, was bringt das hier? 20% Crit Chance. Holy shit. Warte mal, hä? 5% Attack? Ach so. Klar, okay. Alter, es hält eine Stunde, also dauerhaft. Oha. Oha. Alter, Blade ist hier immer richtig krass. Also, ich meine, ich will nicht sagen, dass Blade sonst nicht krass ist oder so. Das wäre jetzt gelogen, definitiv. Aber, äh. Das fühlt sich schon geil an. Das fühlt sich richtig gut an, irgendwie. Ich meine, Blade startet ja eigentlich ab Level 60 eh schon relativ stark. Nicht OP stark. Aber ich würde sagen, schon definitiv ein bisschen stärker als die meisten Klassen. Aber, ich muss sagen, es fühlt sich jetzt momentan halt irgendwie echt... Äh, weiß nicht, keine Ahnung. Also, wenn man hier natürlich jetzt so mit diesen anderen Waffen spielt, ähm, dann fühlt sich das Ganze schon irgendwie richtig an. Nicht zu stark, nicht zu krass. Einfach, weiß nicht, einfach gut irgendwie, so. Also, man hat nicht so das Gefühl, ja, man könnte es viel mehr Schaden machen und mit krassem Equipment hätte man jetzt irgendwie, keine Ahnung. Sondern es fühlt sich halt echt so an, wo man sagen kann, joa. Passt. Ne, und das ist einfach so das Ding. Ich meine, klar, in Flive hast du auch diesen Unterschied und so, aber... Und ich meine, klar, Mages starten halt immer ziemlich krass und so. Das weiß ich schon, das ist mir so klar. Aber, ähm, in Flive ist es halt so, okay, du hast halt irgendwie... Mit, mit einem, mit einem Cybersil, die wahrscheinlich auch 10k Schaden machen und so. Oder wahrscheinlich so das 5- bis 8-fache von mir hier aktuell. Oder, oder sagen wir, von einem... Was macht der wenigsten Schaden? Ranger zum Beispiel. Vermutlich jetzt mal, macht den, macht den geringsten Schaden. Aber das Ding ist halt, in Flive ist halt wenigstens eine Re-Attack-Speed geregelt und nicht irgendwie so komplett strange, komplett unbalanced und, und, keine Ahnung. Und das ist halt so ein bisschen... Das ist halt echt so ein bisschen schade, irgendwie, wie ich finde. Skillpoints increased, ja, lol. Krass. Ja, wie gesagt, ich werde mal umschauen nach einer, nach einer Pad oder so dann. Ich meine, XP kann natürlich noch viel besser sein, wenn wir jetzt noch eine volle Party hätten. Mal schauen, was kriegen wir momentan. Ja, gut, ich meine, für Low-Rate mehr als, mehr als in Ordnung. Und ich weiß es halt nicht genau, ob wir hier nochmal irgendwie dann, äh, Skillpunkte da so kriegen. Ohne einen Stick. Warte mal. Oh, warte, 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 warte. Was? 5% Damage dealt? 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 Yo, alter. 12 Decks nochmal obendrauf. Wir haben 70 Decks einfach. Ich weiß es nicht genau, ob Damage dealt, äh, in Form von PvE-Schaden aus erzählt. Also ich meine, es ist wahrscheinlich, es sinkt ein extra Stack, äh, Stat, der jetzt nicht mit irgendwas stackt, ähm, was ziemlich gut für uns ist, weil, ja, ziemlich offensichtlich. Hät man jetzt irgendwie nur noch mal, irgendwie so ein bisschen Attack oder so, wäre es definitiv schlechter, weil wir haben ja schon irgendwo Attack, glaube ich, hier oder so, genau, hat man schon 5% Attack. Auch wenn es jetzt natürlich noch nicht so viel ausmacht und so, ist klar, I know. Aber ist so natürlich um einiges, um einiges sinnvoller. Ringmaster wird 62. Also ich muss sagen, ich freue mich drauf, wenn wir hier 65 sind mit dem Ringmaster, oder 75 vielleicht sogar. Ähm, das könnte definitiv noch mal interessant werden. Und ich hoffe, dass auch Ringmaster wirklich richtig abgeht dann. 25 Spellpower, okay. Hm. Was? Golden Amplifier. Pinia, drop 10%. Oldsets, 10%. Alter, ich finde diese Gem Shouts hier so cool. Also ich meine, hier sind sie nicht mehr mehr Gem Shouts. Alter, ein Bogen mit 50 Decks. Holy shit. Ja, aber ich hätte es auch, auch ein Schwert oder so genommen oder eine Axt oder so. Hätte ich jetzt definitiv auch keine Probleme gehabt. So, 69, was sagen wir, wir gehen mal noch kurz nach Astria. Los geht's. Los geht's. Das sind die Verte. 73, ganz normal. Okay. Achso, wird man schauen können nach einem Pet oder so. Aber gut, ich gehe jetzt eh davon aus, dass wir das nicht, äh, uns nicht leisten können. Deswegen, whatever. Auch ein schönes AOE-Pickup und so. Ja, nicht schlecht. Firecard haben wir schon mal getraubt. Also ganz im Ernst, ich muss sagen, äh. Äh, lol, was? Ach, lol. Ey, die haben sich echt Gedanken gemacht. Ich mag solche Server, wirklich. Also solche Server, die sich wirklich Gedanken machen, ähm, die schauen, hey, wie können wir das Spielerlebnis noch ein bisschen schöner machen, wie können wir es einfacher machen. Wie kann man einfach diese Sachen rausnehmen oder, oder verändern, die einfach nix in Form von Schwierigkeit bringen, aber halt, ja, immer ultra nervig sind. Ich mein, in Flyfire halt, klar, du hast ein Board und so und es heißt ja Flyfire-Fund und, ja, ich weiß. Aber, du hast halt trotzdem nie irgendwie so eine Richtung, cool, ich kann jetzt fliegen. Oder, hey, fliege ich mal zu nächsten, zu nächsten Mops oder so. Das ist halt trotzdem nicht so der Fall einfach, weil, so cool ist die Fortbewegung in Flyfire jetzt auch wieder nicht, also, weiß nicht. Nächste VRB, okay. Ich frage mich ja ganz ehrlich, ob diese Bogen was wert ist da. Ich mein, gut, das Ding ist halt, es kannst halt nur niemanden verkaufen, der wirklich auch das Geld hat. Das Ding ist vielleicht, okay, gut, 64 ist gar ein bisschen höher mittlerweile. Aber, für wie viel ist das Ding dann wert 500k oder so? Ich mein, gut, weil es sich natürlich jetzt einen neuen Charakter so macht, der würde ich es wahrscheinlich eher kaufen. Vermute ich jetzt mal zumindest, weiß ich nicht genau. Also, so gesehen dann, maybe. Ich weiß es nicht. Electric Shock plus eins. Alter, ich mein, stelle mal irgendwie vor so. Ich weiß ja nachher jetzt nicht genau, wie das funktioniert, dieses Geldsystem. Aber, hätte dieses Ding einfach mal so. Oder vielleicht traurig ich mal ein Schwert, was irgendwie so Berserk plus eins so bringt. Das wär cool. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen irgendwie auch so diese Self-Buffs und so dann höherkriegen dadurch. Wär natürlich übelst geil. Aber, wahrscheinlich auch ein bisschen OP, vermute ich mal. Noble Card, 4%, schön. Und Ringmaster, 65, nice. Okay, dann schauen wir noch, was das Ding bringt. 2, 3. So, wir haben ja einmal 10 All-Stats. Dann haben wir hier. Death und Magic Death. What? Und hier 5% Attack, okay. Na gut, 5% ist nicht so viel. Ich überleg grad, was ist das normalerweise? 140, hätte das schnell Damage, oder? Ja, hätte das schnell Damage schon definitiv mehr als 5% Attack. Nicht nur jetzt im Low Level, sondern natürlich auch später dann noch. Alter, 16% Crit Rate. Warte. Ich will auch sowas haben. Ähm. Ähm. Ich mein, äh, Attack skaliert halt wirklich komplett, ähm. Ähm. Also, sorry. Additional Damage skaliert komplett mit Attack. Das heißt, ähm. Ähm. Ist einfach krass. Ist einfach krass. Später, wenn du irgendwie so 50, 80, 100% Attack auf dem Equipment drauf hast, äh. Ähm. Dann skaliert das halt wirklich brutal. Und ich weiß auch nicht genau, wie Additional Damage, ähm, berechnet wird. Auf alle Fälle, der Unterschied zu, ähm, Attack, also den Attack-Wert selbst, äh, ist natürlich, dass der Attack-Wert wirklich, äh. Ähm. Ich mein, eigentlich muss man das sagen, ist das ganz komisch. Diese, wenn zum Beispiel jetzt hier diese Erweckung ist, irgendwie so Attack plus 100 oder so. Dann bringt es halt wirklich hier unter H 100 Attack. Gut, macht Sinn. Aber Additional Damage ist halt irgendwie so, wo man sich jetzt eigentlich denken würde, okay, wenn es da 140 Schaden plus steht, dann mach ich 150, äh, äh, 140 Schaden mehr. Aber es ist halt eben genau, äh, umgekehrt irgendwie. 140 Attack oder 100 Attack bringen zum Beispiel jetzt wirklich nur 100 Schaden mehr. Und 100 Attack. Aber 140 Additional Damage zum Beispiel bringt er dann, weiß ich nicht, 500 Schaden oder 1000 Schaden oder so. Je nachdem. Das skaliert halt irgendwie so mega-broken einfach. Das ist, weiß ich nicht. Also ich mein, bestimmt gibt es irgendeine Form, dass es auch Sinn ergibt und vielleicht ergibt auch alle Sinn, weiß ich nicht. Aber, jetzt zumindest aus reiner Spielersicht, es ist brutal. Es ist wirklich brutal. Aber gut. Ich mein, ist das nichts Neues, gibt es einen Fluff schon immer. Und ich hab's aber, ich weiß gar nicht genau, ich hab's glaube ich erst so vor fünf Jahren so gemerkt, wo ich dann so gemerkt habe, als diese Level-2-Erbeater dann irgendwie so überall halt verfügbar waren. Ähm. Und dann hab ich so gemerkt, okay, dieses Additional Damage-Beater, welches ich nur mal so nebenbei reingetan hab, das ist ziemlich krass. Und dann hab ich halt ein bisschen mehr rum experimentiert und dann hab ich mir so gedacht, okay, das ist, äh, das ist sehr nett, das ist sehr, sehr nett. Und ich mein auch, ähm, Psy oder so, eigentlich wirklich mit jeder Klasse kannst du's halt nutzen. Also, mit Ringmaster machst du natürlich keins, wenn du nur heilst, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Gildensystem. Ich, ich glaube, ich muss ein Video mal machen zu, ähm, zu Royal Quest. Das Gildensystem in Royal Quest ist wirklich richtig toll. Und auch einige andere Systeme, die Upgrade-Systeme, also sind echt cool gemacht. Ja, ich denke ich mal ein Video dazu. Ist schon, ist schon ganz cool. Naja. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.